Ja, meine Mutter. Ich muss aufzulegen, wir drehen hier gerade einen Film. Bis dann, ja, sag ich. Ich möchte, dass du es so machst, wie du es immer machst. Okay, also ein halbes Glas. Moin ihr Lieben und willkommen zu einer weiteren Folge Einbissen. Ihr kennt es vielleicht, ihr wollt fancy frühstücken und vor allem als Vegetarierin habt ihr mal Bock auf eine Alternative zu Brot und Käse auf dem Tisch. Und genau dafür gibt es heute die perfekte Inspiration. Wir sind hier in einer wunderschönen Stadt Rostock und gehen heute ins Original Weidenberger Café. Dort treffen wir Tim Berger und der wird uns heute mit mega leckeren vegetarischen Brotaufstrichen inspirieren. Und wenn wir auch mal euer Lieblingscafé besuchen sollen, dann schreibt uns eure Vorschläge doch gerne in die Kommentare oder ihr füllt direkt das Bewerbungsformular aus. Hallo. Hi, Jamie. Schön, dass du hier bist. Hallo Tim. Schön, dich kennenzulernen. Na, dann komm mal mit. Hier kommen nachher die Kuchen und Törtchen rein. Einfach die schönsten Räume überhaupt. Ja, es ist sehr gemütlich. Hier kann man wirklich lange abhängen. Das ist ein Originalmalertisch hier aus der Straße. Die hat eine Malerei vor ein paar Jahren zugemacht. Die gab es elendig lang. Und da habe ich den Tisch hergeholt. Schön. Trinken wir einen Kaffee? Ja, unbedingt. Wir haben hier verschiedenste Sammeltassen, die die Gäste zu uns bringen. Du möchtest die haben? Die hier. Ja, ich habe es vermutet. Ja. Mh. Dann dacke ich hier hinterher. Wo wollen wir uns hinsetzen? Da unten? Ja, sehr schön. Mh. Ein sehr guter Kaffee. Wie bist du hier eigentlich zu diesem Kaffee gekommen? Ich habe eine Recherche betrieben. Hier war ein Feuer- und Blumenlanderin. Hier wird ein Laden frei. Und ich dachte, der ist bestimmt schon vergeben. Und dann habe ich da angerufen, Kuchen gebacken. Eine Woche später habe ich unterschrieben. Das geht mir echt ganz futz. Also es ging sozusagen durch den Magen. Ja, so kann man das sagen. Und wie hast du das hier hinbekommen, dass dieser Ort so besonders aussieht? Also weil hier ist ja so viel Liebe fürs Detail drin. Also als wir vor sechs Jahren angefangen haben, den Laden hier zu bauen, da sah das noch nicht so aus. Also den Ficus gab es noch nicht. Da kam die Mutter einer Praktikantin zu mir und sagte, du, bei uns in der Wohnung, der ist so groß, wird zu klein, willst du den vielleicht haben? Und so entwickelt sich das. Also da kommen Menschen und sagen, hey, ich habe dieses Geschirr von meiner Tante, aber sie lebt leider nicht mehr. Möchtest du das haben? Und so geht das immer, so wächst das, entwickelt sich das. Und du hast ja jetzt neben den Torten und dem Kuchen hast du ja auch ein Frühstücks- oder Brunch-Angebot hier. Was macht das so besonders? Wir stellen fast alles selbst her. Also die Marmeladen stellen wir selbst her. Die Aufstriche. Es wird alles mit sehr viel Liebe zum Detail hergestellt. Es ist frisch. Apropos frisch. Wir machen heute Aufstriche. Ja, da freue ich mich schon drauf. Es gibt einen Rote-Bete-Aufstrich, einen Tofu-Aufstrich und einen Brokkolimandel-Aufstrich. Dann auf in die Küche. Ja, lass uns loslegen. Was darf eigentlich bei eurem Veggie-Frühstück nicht fehlen? Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Ah, das ist also deine Backstube. Womit fangen wir an? Als erstes Hände waschen, Haare nach hinten binden und du kriegst gleich eine Schürze von mir. Wie süß. Die Rezepte-Liste. Ja, das ist echt gut. Eine Freundin von mir hat das aufgeschrieben. Bea, die kennt sich sehr gut aus mit Aufstrichen. Und die Sonnenblumenkerne. Ja. Und jetzt die gerösteten, ja? Lecker. Oha. Mit deinem Brunch-Angebot gibt es irgendwas, wo du sagst, das darf bei deinem perfekten Brunch oder deinem perfekten Brunch nicht fehlen. Es wird richtig gut, wenn man sich Zeit nimmt. Okay. Es klingt so simpel, aber wie soll man das denn genießen, wenn man keine Zeit hat? Und du bist hier auch statt bekannt mit deinem Brunch-Angebot, oder? Ja, ich würde sagen, hier in dem Viertel schon, ja. Perfekt, weiter. Wir machen nicht so viel rein, ja? Ich möchte, dass du es so machst, wie du es immer machst. Okay, also ein halbes Glas. Ja? Also ihr stellt wirklich so eigentlich alles selber her? Ja, den Käse kaufen wir auch, also den veganen Käse. Was mögen deine Gäste denn eigentlich am meisten, wenn sie hier zum Frühstücken herkommen? Na, ich würde sagen, die Vielfalt. Aber es ist auch eine sehr entspannte Atmosphäre. Ich glaube, das wird jetzt schon mein Favorit. Mh. Wir stellen jetzt den Räuchertufu-Aufstrich her, ja? Du hast quasi uns schon auf die richtige Grammzahl zurechtgenascht. Ja, schön glasig. Das ging ja jetzt mega schnell. Und wenn ihr Bock habt, die Aufstriche auch nachzumachen, dann findet ihr die Rezepte in der Infobox. Und sag mal, was passiert hier eigentlich noch so in eurer Backstube? Na ja, wir stellen allerhand her. Wir stellen Kuchen, Torten, Törtchen her, Kekse. Das sind die, das sind kleine Beerentörtchen, ja? So, die wurden heute frisch hergestellt. Wir haben, glaube ich, den leckersten Schudel in der Stadt. Johannisbeer-Skyrtorte, Karotten-Nusskuchen. Ja, 10 bis 15 Minuten. Ja, wir gucken mal nach 10 Minuten rein. Und dann gibt es ein kleines Frühstück. Und jetzt belegen wir es einfach, okay? Als ich reingekommen bin, bin ich da an deinem kleinen Briefkasten vorbeigelaufen. Am Eingang, ja? Ich dachte direkt zu euch, ich will auch irgendwen einen Brief schreiben. Ich finde, das sieht mega lecker aus. Hallo. Hallo. Was ist das? Räuchertofu-Aufstrich, Rote-Bete-Aufstrich und Brokkoli-Mandel-Aufstrich. Probiert gerne. Dankeschön. Sehr gut. Rote-Bete. Wart ihr schon öfter hier im Waldenberger? Ja, immer wieder. Also bestimmt zweimal die Woche. Wenn man hier vorbeikommt, schaut mal wieder mal rein. Ja, ich finde, das Waldi ist ein totaler Begegnungsort. Also immer, wenn man hier hinkommt, ist irgendwer da, mit dem man irgendwie schnacken kann. Tim, ich würde mich bei dir verabschieden. Dankeschön für den schönen Tag hier. Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Achso, hast du noch einen Stift und einen Zettel? Äh, ja. Du kannst ja mal in Türchen 22 gucken. Ciao. Tschüss, mach's gut. So, ihr habt jetzt gesehen, wie man richtig leckere vegetarische Aufstriche zubereiten kann. Und vielleicht habt ihr ja Lust, die mal auszuprobieren. Dafür findet ihr das Rezept in der Infobox. Und ich würde sagen, viel Spaß bei eurem nächsten Brunch. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge Einbissen. Wir sehen uns bei der nächstenends. lingue und consciousness. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank.